Friede sei mit euch und Friede sei in euch! Aus einer Kirche, einer evangelischen Kirche in Steinkirchen bei Hamburg, da melde ich mich und zeige, auch hier ist der Name präsent, direkt unter der Decke der Kirche in Steinkirchen. Und es sieht ganz deutlich zu sehen, der Name Yod-Heh-Wah-Heh. Schaut es euch genau an. Niemand wird zweifeln können, dass das nicht der Name ist. Es sieht richtig gut aus, oberhalb des Autars, mit Wolken drumherum und den Strahlen, die vom Namen ausgehen. Schaut es euch an. Einfach. Grandios. Es ist nur eine kurze Mitteilung, aber ich hoffe, ihr seht und ihr hört, trotz des Orgelspiels, dass dieses der Name des Schöpfers ist. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Shalom!